Was meint ihr? Dürfen wir noch ein bisschen bleiben! Die Worte weiß mit dem Wind Von denen darf ich keins mehr erzählt Die Kasse auf, dass ihr euch nicht verspricht Bei dem Sprechen wir brennt Das klingt der Schaden nach Raum Wie ihr am Sätze baut Wer's glaubt wird sich Aber seh es ich nicht Und ich frag' dich Wie viel Zeit wollt ihr Belong von mir an? Ich seh euch immer reden Aber nichts passiert Und ich frag' dich Wie viel Zeit wollt ihr denn noch trainieren? Ihr seid die ganze Zeit am Leben Aber nichts passiert Wie viel Zeit Johannes, sieht's von dir aus meiner Stimmung? Wie viel Zeit Sind eure Leichen geverstellt So gut, dass man sie nie entdeckt Es ist nur eine Frage Wie viel Zeit 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 Familie, wir sind die ganzen Zeit am Leben, aber nichts passiert. Thomas, wir sind es mal wieder! Sie! Oh, 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 yeah. Oh, 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 nichts passiert. Wenn wir uns nicht, denn wir sind blick, erzählt uns nichts vor, was er in ihr Wein trinkt. Könnt ihr mir einen schönen Regen dann sagen, wie viel zählt euer Wort in den Tag? Wer fühlt uns nicht, denn wir sind nicht blick, erzählt uns nichts vor, was er in ihr Wein trinkt. Könnt ihr mir einen schönen Regen dann sagen, wie viel zählt euer Wort in den Tag? Vergüt' uns nicht, denn wir sind nicht mit Erzähl' uns wie vor der Himmel in der Wunsch Ein Wort, der alleine macht keinen Stein gedreht Es sei, dass sich was bewegt Und frag' mich, wie viel Zeit wollt' ihr denn noch verlieren? Ich seh' euch immer, wenn die Haare nicht passieren Und frag' mich, wie viel Zeit wollt' ihr denn noch verlieren? Es sei die ganze Zeit am Leben Die ganze Zeit am Leben Leben, Leben, Leben Aber nichts passiert Ein Wort, ein Wort! Ein Wort, ein Wort, ein Wort, ein Wort! Jaaa! So gefällt mir das sehr, sehr gut! Jungs! Ich muss jetzt mal ein bisschen messen, wo hier ein bisschen mehr Stimmung ist Ja, ich fang mal mit dem älteren Bruder an Ja, so gehört es sich Wie ist die Stimmung bei Jonas? Ja! 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 Okay! Mal... Thomas, wie sieht's bei dir aus? Ich würd' mal sagen, heute ausnahmsweise der Jüngere liegt ein bisschen... Oh, warte mal! Ich hab' halt noch ne Seite vergessen Wie sieht's bei Andreas und mir aus? Jungs, es tut mir leid, ich glaube wir haben euch ausgebotet, ja? Ist auch ein bisschen unfair, ich geb's jetzt zu, aber naja, gut So, ihr lieben ihr Kind, ihr dürft euch wieder... Solltet euch auf die Bühne machen, ja? Verabschiedet euch von euren neuen Fans da oben, wenn sie euch den gehen lassen, ja? Sehr sehr schön! Und hier hier unten, wenn ihr gleich hier durchkommt, ne? Braucht keine Angst haben! Der ist ungefährlich! Der hier ist auch ungefährlich! Den gefährlichsten haben wir eher auf der Bühne gelassen, ja? Den lassen wir da nicht raus! Also der mit den Locken da... Würde ich vielleicht ein bisschen aufpassen, ja? Macht ruhig ein bisschen Krach hier, wenn die hier vorbeikommen, ja? Ja? Meistens braucht der älterer Bruder ein bisschen länger, weil er eben schon ein bisschen älter ist Und mit 30 geht alles nicht mehr so schnell! Zweit, das ist extra, weißt du? Sehr gut, sehr gut! Pass auf, ich glaube ich muss auch langsam zurück auf die Bühne! Aber das Ding ist, ey, diese Wege hier in dieser Riesenhalle, ja? Da braucht man schon Roller, wenn man hier lang will, ne? Passt auf, deswegen ist es so ein anstrengender Tag heute gewesen, ihr glaubt das gar nicht, ja? Deswegen, ich bin natürlich VTV zu laufen! Ganz kurze Erklärung, geht ganz ganz kurz! Ich bin von hier zurück zur Bühne, und zwar auf euren Händen, ist das klar? So wie ihr guckt, ist das klar? Also, geht doch! Pass auf, dann gehen natürlich diese Lücken schon mal gar nicht, ja? Das bedeutet hier, bisschen kennenlernen heute Abend, die Berliner sind nicht schüchtern! Ruhig ein bisschen zusammen, ja? Bisschen Nähe, hier ungefähr auf der Linie, ja? Brauche ich es ein bisschen enger, ein bisschen mehr zusammen, ja? Während ihr euch vorbereitet? Ist klar, denn ich habe schon erst erzählt, und die oberen Ränge, ihr müsst das alles hier unter Kontrolle haben, ne? Müsst das alles ein bisschen checken und müsst ein bisschen Energie hier runter bringen, sonst bleibe ich auf halber Strecke stehen, ist auch doof, ne? Das geht ungefähr so, Achtung! 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war's. Das war's.